Hey ihr Lieben, wir gehen Ende Januar auf Überall-Daheim-Tour. Und Überall-Daheim, das sind acht Konzerte, acht Städte, in kleinen Cafés, in kleinen Clubs und einem schönen, ruhigen, reduzierten Setup. Unser Wunsch ist, dass wir in jeder Location so eine intime Wohnzimmer atmosphärisch haben. Wo die Songs und deren Geschichten einfach im Mittelpunkt stehen. Alle wichtigen Infos findet ihr auf loophitmusik.de und wir freuen uns mega euch auf Tour zu sehen. Bis bald! In der Brust steh' ich auf, zieh' den Kopf aus der Schlinge und lauf' Ohne zu fragen, wie weit die Füße noch tragen. Goldstein Und wieder señbelt die Füße noch ins Nordkap-Bautisten. Vielen Dank.